Hey ho Leute, es geht weiter im Team Battle und ich mach den Countdown, ok? Natürlich mach du den Countdown. Acht und sieben. Bin ich eh nicht zu leise? Sechs. Nein, nein, ist ganz ok. Moment, ich stell mal mein Mikrofon ein bisschen näher. Zwei. Eins. Go. Intro. Intro? So. Ok. Mir ist aufgefallen, ich muss nochmal zurückrennen, weil ich muss mir noch die Sachen holen, die Gomme hatte. Ach, die hast du nicht aufgenommen? Nein. Mein Inventar war voll und ich hab nicht daran gedacht. Leider, so blöd es auch klingt. Ok. Aber der hatte enchantetes Zeug, oder? Weißt du noch, wo der Eissee war? Ich muss den Eissee wiederfinden. Wir gehen glaube ich in falsche Richtung. Eissee. Nicht verwechseln mit Eissee. Jaja, dort wo wir ihn gekillt haben, oder? Jaja. Scheiße, wo war der? Wo war der, wo der Kampf stattgefunden hat? Weißt du noch, wo das war? Ich überleg gerade. Moment, Moment. Ich brauche ganz kurz. So. Ich muss kurz meine Musik leiser drehen. Ja genau, ich muss kurz meine Musik leiser drehen. Fuh, fu, fu. Äh. So. Leise genug. Ok. Ähm. Da hinten, oder war der? Ist das der Eissee? Ja, ne? Das ist der Eissee. Wo bist du überhaupt? Ich habe gerade Junkfehler. Ich weiß nicht, ob das ein Eissee ist. Ne, ist es nicht. Ich bin direkt bei unserer geheimen Truhe. Echt jetzt? Ja. Warum habe ich keine Minimap drauf? Warum? Ähm, ich bin bei Koordinate minus 100 und plus 990. Das ist egal. Weißt du, hast du den Eissee gefunden? Nein. Dann such eine Eissee mit deiner Minimap. Und ich suche ihn hier nach weiblicher Intuition. Nein. Weibliche Intuition, richtig, ja. Du bist ja ein schönes weibliches... Weib. Geschöpft. Schönes Weibgeschöpft. Hm. Kack, ich habe jetzt hier komplett die Richtung verloren. Ich habe mein Eissee gefunden, glaube ich. Aber das ist nicht der Eissee, den wir irgendwie gesucht haben. Mann, weißt du noch, wo Luke war? Wir müssen jetzt Luke finden. Auf jeden Fall. Moment. Äh. Ich glaube... Ich habe eine Idee. Und zwar, weil Gorma gestorben ist. Könnte das sein, dass die Richtung Mitte gegangen sind, oder? Das kann natürlich sein, weil in der Mitte spawnt man ja auch. Das ist halt... Moment. Bin ich richtig? Bin ich richtig? Bin richtig, oder? Ich finde den scheiß Eissee nicht. Ne, ich finde ihn auch nicht. Ich bin gerade... Ne. Wenn die jetzt da hingehen, dann finden die ihre Sachen wieder. Ich bin falsch. Naja, aber sie wissen ja nicht, dass wir es nicht aufgenommen haben. Trotzdem. Puh, jetzt müssten wir unseren Part anschauen. Ja, ist ja verboten. Man darf keine Parts anschauen. Unsere schon. Nein. Natürlich. Ja, ich weiß. Also, wo bist du? Ich laufe wieder zu dir. Ähm... Okay. X minus 80. Z 111. Was? Mach einfach. Hast du eingetragen? Ne. X minus 80. Z 111. Ja. Ja. Alter, was... Wo bist du da entlang gelaufen? Keine Ahnung. Lol. Hat nicht angerissen. Muss nochmal machen. Haha. Moment kurz. Zeronic. So. Also. X ist 80. Also minus 80. Ja. Gut. Das andere ist etwa 111. 111. Ja. 111. Auf. Okay. Alter, wieso nimmt ihr das nicht an? Oder nimmt ihr das an? Ne. Keine Ahnung. Fuck nicht mich. Fuck deinen PC. Warum? Wahrscheinlich ist es zu weit weg. Keine Ahnung. Ich bin bei 1000. Finde ich jetzt gar nicht cool, dass ich jetzt... Ah mann. Diesen dummen scheiß Punkt. Ich lauf hoffentlich immer richtig in die richtige Richtung. Ist so rezent für Regen oder nach diesem blöden Eis, ey. Wir sollten uns aber wieder treffen, weil wenn ich alleine dann gegen zwei kämpfen muss, dann verliere ich sowieso. Aber warum gibt dein dummer Vibe heute nicht? Doch. Ich hab ihn. Achso. Ja du komm da hin. Aber ich bin jetzt schon wieder weit weg davon. Super. Bist du weiter ins niedrigere gelaufen? Also in die niedrigere Koordinate oder in die höhere? Bin ich da lang oder da lang gerannt? Ich weiß nicht mehr. Ähm. Keine Ahnung. Ich glaube ich hab unseren Eis hier wieder gefunden. Achja. Einen Eisweg. Ne, ne, ne. Ne das war er nicht. Nein das ist er definitiv nicht. Das war das Zuckerrohr. Okay. Noch 650 Meter fehlen mir zu dir. Also zu der Koordinate. Ich mein, du könntest mal... Okay weißt du was? Lass mal so etwa in die Mitte gehen, okay? Bist du im Dschungel? Oh ich hab nen Border gewidt. Scheiße. Bist du im Dschungel? Nein. Nein? Ich bin im Schneebiom. LOL. Und... Du weißt was ich Z gesagt hab und nicht Y. Äh. Naja hoffentlich oder? Jaja das weiß ich. Gut. Weil Y ist die Höhe. Das kann sich einfach nie jemand merken. Ja. Eh nicht. Ist ja auch doof sich zu merken. Ich bin hier voll am Ende der Karte. Ich bin schon wieder an den Borden angekommen. Und ich hab Hunger. Boah. Ach ja. Mir fehlen noch 400 Meter zu dir. Also eigentlich sogar noch knapp 500 Meter. Ich geh aber um den Berg. Ich hoffe ich seh da jetzt keinen. Wenn ja bin ich nämlich erledigt. Weißt du nicht mehr wo wir gekämpft haben? Nein. Scheiße. Du weißt es ja auch nicht mehr, ne? Nein, aber... Ich hätte mir wirklich einen Waypoint setzen müssen. Ja. Ja. Jetzt bin ich wieder schuld, hm? Alles deine Schuld. Warum hast du nicht gesagt, dass ich die Sachen vollkommen mitnehmen soll? Habe ich doch gesagt oder nicht? Na klar hast du das gesagt. Ich bin super. Moment. Ich glaube ich... Nein. Oh. Da ist ein Dorf. Oder doch. Doch. Moment kurz. Hier. Hier sind wir lang gerannt. 100%. 100%. Dann sind wir hier lang gerannt. Genau. Hier lang war das. Jetzt glaube ich links. Ja genau. Genau. Ich spiele jetzt hier die letzte Folge nach. Genau. Hier war das. Oh. Ja. Ich bin wieder da. Ich bin wieder bei unserem Kampfesort. Alter. Sagst du mir deine Koordinaten bitte? Bitte sind da noch komische Sachen. Bitte, bitte, bitte. Ich glaube nicht. Der Server war down. Hat sich wer aufgesammelt? Die sind noch da. Die sind noch da. Ernsthaft? Ja. Okay. Und welche Koordinaten bitte? Ähm. X minus 244. Okay. Z 1075. Alter. Hast du. Nicht labern. Hast du oder nicht? Nein. Ich lauf jetzt einfach mal hin. Ich bin. Alter. 1075. Mach. Eintragen. Du hast mir davor voll andere Koordinaten gesagt. Weißt du das eh, ne? Ich bin jetzt auch weiter weg davon. Hab ich ja gesagt. Ähm. Ja. Du bist in meine Richtung gelaufen und ich bin an dir vorbeigelaufen. So schaut's aus. Komm, man hat ja noch einen Pfeil. Wow. Okay. Und? Was hat er für Rüstung gehabt? Oh. Vielleicht hat er dabei gehabt. Ein Bogen. Eisenzeug. Ich kenn mal. Ich hab schon über Protection 1. Ich brauch das Zeug eigentlich gar nicht. Ich brauch nichts davon. Okay. Aber ich will. Ich will was. Ich will was. Ich verbrenne das jetzt. Nein. Zu spät. Wenn wir verlieren im Battle bist du schuld. Äh. Wieso? Naja. Weil du so ein Zeug verbrannt hast, das ich gebraucht hätte können. Ja. Wow. Verzauber jetzt nochmal ein Diaschwert von. Ne. Wir haben schon Bane of Entryphal. Was heißt da? Alter. Reach the border. Du zählst mir hier nur scheiße ey. Komm schon. Nein. Das kann ich nochmal verzaubern. Mir hat einer in die Kommentare geschrieben. Du bist genau dort wo ich vorhin war. Bei der geheimen Truhe. Ja. Wieder nur Schadens. Okay. Was soll's. Ich hab zwei Diamantschwerter. Ich kann den Bogen nochmal verzaubern. Vielleicht auf dem hohen Level. Level 6. Ne. Wieder nur Power 1. Mist. Ich hab jetzt zwei Power 1 Bögen. Toll. Sehr schön. Wahnsinn. Stoppt jemand die Zeit? Ne. Machen die dann schon irgendwie. Henry ist ja der Admin und ja ja. Genau. Was mir aufgefallen ist. Wir können den Berg nochmal suchen. Von Fussel. Bobby und Michi. Okay. Weil wir haben damals ja nur einen von den beiden gefunden. Ach ne. Die sind wieder weggerannt. Stimmt. Scheiße. Die haben sich ja irgendwo anders in der Base aufgebaut. Hast du die? Oh. Ich geh jetzt auf den hohen Berg rauf. Ich glaub wir sind gerade bei einem Berg. Ich bin beim Berg glaube ich wieder. Oder? Ne. Bist du wieder bei der Insel? Nein. Ich geh gerade zu unserer geheimen Truhe. Ich bräuchte jetzt Federn. Wenn du Chicken ziehst dann bitte töten. Wir haben. Ich hab nur noch. Einen Pfeil. Exakt. Einen Pfeil. Okay. Also wenn ich Chicken sehe. Ich hab fünf Federn. In der Westbegampf haben wir jetzt komplett durch Pfeile gerissen. Also ich zumindest. Dum dum dum. Ich hoffe von da oben kommt jetzt keiner nach unten. Eine Folge nur fürs Wiederfinden. Das ist scheiße man. Das ist voll kontraproduktiv. Komm schon. Ich bin nicht kontraproduktiv. So. Weißt du noch wo Luke hingerannt ist? Nein. Jetzt nicht mehr. Sag mal deine Koordinaten. Wow. Beinahe Lava. Ey. So. Meine Koordinaten. Minus 230. Und. Plus. 840. Plus. Z. 840. Jo. Sicher. Ja. Jetzt bin ich 890. Bei Z. Okay. Ich bin gleich. Ich bin in so einem Eispion da. Ja. Ich auch. So. Ich bin jetzt glaube ich direkt. Ne. Doch nicht. Warte. Gleich bin ich genau über unsere geheimen Truhe. So. Genau über unsere geheimen Truhe bin ich jetzt gerade. Ich steck mich gerade hoch mit Stein. Siehst du mich? Nein. Nein. Ich bin bei minus 117 plus 870. Ah. Plus 970. Ich mach mal eine Rendlesense etwas höher. Ich steck mich auch mal hoch. Die ist schon auf far. Ich steck mich auch mal hoch. Ich steck mich auch mal hoch. Ich seh dich nicht. Ich seh nur Kühe. Siehst du Berge in der Nähe? Ja. Komm zu den Bergen. Ne wir machen es leichter. Komm wir gehen jetzt in die Mitte. Wie in die Mitte? In die Mitte. Zum Spawn? Ja. Ja ich weiß nicht wo die Mitte ist. Ich auch nicht genau. Aber die finden wir doch. Also ich bin in einem Schneebiom und sehe aber noch wenn ich jetzt weit weg schaue noch ein normales Biom mit normalen Wäldern. Ja genau. Gehe genau dahin ins normale Büro. Ich bin auch gerade vom Schneebiom unterwegs zu einem normalen Biom. Das könnte passen. Oh ich bin gerade beim. Ne doch nicht. Ne oder? Ne. Eine Folge nur suchen. Finde ich geil. Ja. Aber stopp. Ich seh wen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich seh dich. Ich seh dich. Hüpf mal bitte. Hüpf mal. Ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich nicht. Hüpf dir gegen. Bleib stehen. Hallo. 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 so. So, okay. Jetzt würde ich mal sagen, wir gehen auf die Gegnersuche. Ja, endlich. Battlezeit. Wieder einmal. Und jetzt killen wir Gomme und Luke zu zweit, komm. Das machen wir. Ich meine, Gomme ist nicht mehr ausgerüstet. Mittlerweile hat er bestimmt wieder so... Vielleicht haben die auch so eine Kiste wie wir, weißt du? Da könnte schon wieder jemand Sachen haben. Das Wichtige ist, dass wir ein Leben abgezogen haben, aber naja. Hm. Moment mal, warte kurz, ich muss kurz essen. Wie finden wir jetzt die ganzen Gegner? Alle Höhlen abzusuchen, habe ich keinen Bock. Nee, aber ich glaube, sie suchen ja auch schon. Also einige werden, glaube ich, schon suchen. Wir sind ja nicht nur zwei Teams, sondern auch vier Teams, ne? Minecrafty. Minecrafty und Co. wir... nicht. Ja, ich würde jetzt fragen, dass wir Interesse daran zu kämpfen. Nee, das wäre jetzt blöd, wenn man einfach die ganze Zeit fragt, ja... Wie wäre es, wenn wir uns treffen oder so? Nee, das ist langweilig. Man kann es ja diplomatisch machen. Sie haben Interesse daran, dass wir sterben. Naja. Dann gehen sie zu viert auf uns zwei los. Nee. Äh... Gehen wir einfach mal da die ganze Wüste entlang, würde ich mal sagen. Okay. Okay. Okay, okay. Aber mittlerweile haben wir ja auch alle Teams uns schon gesehen mit verzauberter Rüstung. Die wissen jetzt alle, wie stark wir sind. Ja. Nee, war kein Wüste, schade. Meine Hoffnung ist gerade, dass sie uns dann irgendwie halt nicht sehen, weil sie keine weite Render Distance haben und wir schon oder sowas machen. Luke Blaze zum Beispiel hat keine weite Render Distance. Ja. Und ich habe ihn gefragt, was los war. Also ich meine, warum sie so stehen geblieben sind, ne? Als wir unter der Erde waren. Ja. Da, wo wir dachten, sie haben uns gesehen. Nee, das war es nicht, sondern sie haben den Enchantment-Table hier aufgebaut. Ich habe es gerade mal auch schon gefragt, warum das die... Gehen wir in den Dschungel? Ja, gehen wir in den Dschungel, komm. Obwohl, ich glaube, dort drüben ist irgendwo die Border. Können sein, aber vielleicht versteckt sich wer im Dschungel, wer weiß. Wow, Border. Echt jetzt? Ja. Oh, scheiße. Dann würde ich sagen, den Border entlang gehen. Oder wollen wir mal in die Mitte gehen? Also ich würde eher sagen, wirklich den Border kurz entlanglaufen hier. Bis wir wieder den Kreuzpunkt finden. Okay, und dann in die Mitte gehen. Da, Kreuzpunkt gefunden, glaube ich. Warte, Moment. Ja, hast du? Hier ist Kreuz... Ja, da habe ich gefunden. Hier ist der Kreuzpunkt. Da mache ich jetzt wieder ein Waypoint. Wo bist du? Hast du jetzt endlich mal einen Kreuzpunkt-Waypoint, damit ich dir auch abschließen können, wie die Map ist. Zack, ja, habe ich. Da bist du, ja. So, und jetzt gehen wir hier. Machen wir auf dem Weg zur Mitte am besten Sachen suchen. Ja, genau. Einfach die Winner durch und dann die Gegner suchen. Wir brauchen, nee, nicht nur Gegner. Wir brauchen auch noch, ähm... Federn habe ich ein paar. Wie viele hast du? Fünf. Geh mal her, bitte ganz kurz. Mach ich mal kurz ein paar Pfeile. Die muss man ja machen, bevor man gegen die Gegner kämpft. Ich habe noch 16. 16, hä? Pfeile? Ja. Komm her da. Ich habe doch gerade die Federn hingelegt. Ja, gib... Nee, hol die bitte noch ganz kurz. Ich muss hier noch kurz eine Crafting-Table zumachen, also... Ich habe ein Crafting-Table. Trotzdem, ich brauche noch mehr Holz für die Stickies und für... Ich habe noch Stickies. Ich habe noch zwei Stacks, äh... Ne, drei Stacks, vier Stacks, vier Stacks Holz. Ach so, okay, dann... Ja, das reicht dann. Mach mal ein Crafting-Table, bitte. Und gib mir die, äh... Hälfte der Pfeile plus... Hälfte der Pfeile plus. Bitteschön. Plus die Federn. Hier hast du die Federn. Danke. Ich habe sogar, glaube ich, noch Cravel oder so, ne? Ne, habe ich nicht, leider. Okay, Federn. Oh, Reststone für mich, danke. So, wir haben wieder 21 Pfeile, liefst du? 16. So. Ist das was noch... Ist das so gut, wenn ich dir auf Bogenschütze mache und du nicht? Naja, ich bin eigentlich... Lord, was machst du? Ja, abgebaut. Aha, meine Pfeile. Haha. Hier, Hälfte, Hälfte. So, gehen wir. Moment, so. Ähm... Scheiben ist... Ja, okay, ich bin gut. Ausgerüstet. Kommst du mir? Up in the middle. Da ist die Mitte, so in die Richtung. Da ist eine Wüste und ein Tempel. Nicht Campel, ich meine, es ist Brunnen. Ja, das ist aber nichts. War bestimmt schon irgendein Gegner-Team. Kannst du irgendwie Items haben beim Brunnen? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht, dass da beim Brunnen Items drin sind. Also Truhen drin sind oder so. Keine Ahnung, ich kenne mich dadurch aus mit dem... Du läufst schon wieder auf den Bergtor, obwohl das nicht in die Mitte führt, ne? Jaja, in etwa. Also ich laufe gerade direkt gerade durch in die Mitte. Weil ich meine, Gombe ist ja gestorben. Muss halt gespawnt sein an unserem Spawn-Point. Ja, schon, aber... Der ist jetzt sicher schon weiter weg, ist klar. Aber trotzdem... Neta ist nicht erlaubt, ne? Hm? Nein, ist das nicht erlaubt. Sonst hätte ich mir jetzt nämlich irgendwie so gedacht, äh... Geben wir doch in den Neta, holen uns ein paar Tränke und so, ne? Also ein paar Sachen. Für Tränke. Kannst du brauen? Teilweise. Also so ist ein Schnelligkeitstrank kann ich... Das wäre geil gewesen, ein Schnelligkeitstrank. Das ist, glaube ich, jeder Einzige, den ich kann. Okay, Stärke wäre verdammt gut. Ne, den, den kann ich nicht. Bist du? Wo bist du? Ich bin weitergelaufen. Stopp, stopp, stopp! Wo bist du? Ich seh dich, hier bist du. Komm mit. Okay, da vorne ist, glaube ich, die Mitte. Äh, ich glaube, das wird jetzt eine Doppelfolge. Ja, das wird eine Doppelfolge, irgendwie. Werden wir halt in der Mitte irgendwo einen Katz sitzen müssen, aber solange die nichts sagen, will ich aufnehmen. So, genau da, wo unser Cubblestone, da wo der Cubblestone gerade ist, das habe ich gebaut, da ist unsere geheime Truhe drunter. Echt jetzt? Ja, den baue ich lieber ab wieder. Sonst weiß nämlich jeder, dass da irgendwas ist. So, los geht's. Wow, wow. Ich habe doch was gefunden. Springen wir runter, komm. Eins, zwei, drei, Schutz. Nicht vom Trägel. Wieso nicht? Langweilig. Wir wollen auf Gegner Suche gehen, dachte ich. Was nützt denn jetzt Diamanten? Wir müssen ja... Oder meinst du, die Gomme und so sind da reingegangen, weil sie die erstbeste Truhe, äh, erstbeste Hülle wiederhaben wollen? Das könnte sein. Und dann haben sie unsere Truhe gefunden und dann so, oh mein Gott, yeah! Weil da zwei Diamanten waren, ne? Also zwei Diamant-Schwerter. Enchanted auch schon. Hm. Also ich bin weitergelaufen. Du auch? Nein, kurz. Super. Ich sehe dich wieder nicht. Schon wieder nicht! Hm! Ich glaube, wir sollten unter die Erde gehen. Doppelfolge. Nicht erinnern, sonst wollen wir nicht mehr aufnehmen. Stimmt, ja. Einfach weiter. Oh mein Gott, jetzt hat man was schreien gehört, ne? Ja. Egal. 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 Egal, ist egal, ist egal. Ist nicht egal. Okay, ist scheiße. Ja, total unprofessionell. Mann, ich will jetzt endlich mal kämpfen. Ich habe richtig Bock auf den Kampag. Ich meine, wir können auch gerne gegeneinander kämpfen. Ich meine, wir sind gleich ausgerüstet. Nein! Wir sind doch immer nicht am Spawn, ne? Alter! Ich habe... Das war ein Wasser... LOL! LOL! Guck mal! Ach so, das war ein Hut. Lina. Ich dachte gerade, da liegen Sachen von irgendwem. Die geben auch keine Antwort, die wollen also keine Informationen geben. Die sind eh alle unter der Erde. Höchst... Wahrscheinlich. Ich würde sagen, auch unter die Erde gehen, oder? Ne, ne. Ich laufe da jetzt mal ganz kurz entlang. Ich, ich, äh, hab da nämlich so eine Idee. Wollen wir uns aufteilen? Ne, ne, kommst du mit, bitte. Okay, da ist ein Border. Fuh, fuh, fuu in your face. So. Ey, lass zurückgehen zur letzten Schlucht. Da könnte nämlich ein Gegner-Team gewesen sein, in der Schlucht drin. Okay. Ne, aber... Ne, ich will nicht in den Schnee-Biom. Komm mit. Wenn, dann sind sie wahrscheinlich eh in einem normalen Biom. So. Denk ich nicht. Ich glaub schon. Ich mein, weil beim Schnee bemerkt man ja am schnellsten, ob wer da ist, oder nicht. Weil an der Oberfläche dann, äh, der Schnee fehlt. Wenn da mal Erde abgebaut worden ist, ne? Eben. Wir können ja Spuren lesen, quasi. Ich hab da ein Dorf gefunden. Ich will da mal reinschauen. Was zur Hölle sind das für ein Dorf? Okay, das Dorf fährt auch die Chancen auf Wasser. Alter, das ist ein großes Dorf. Alter! Nein, da ist ein Border! Mh! Haha. Komm, lass zurückgehen. Ich will aber gerade zum Spawn gehen. Zum Spawn? Ja. Okay, warum? Naja, weil da vielleicht wer ist. Das ist die spannendste Folge ever, würd ich meinen, Leute, oder? Also echt jetzt, was soll das? Ist aber gut, dass wir, dass wir draußen ne Doppelfolge machen. Ja. Sonst wär ich so langweilig geworden, dass... Komm, lass da reingehen in die Spalte. In welche Spalte? Ich seh dich nicht mehr. Iscario, wo bist du wieder hin? Haha. Ich bin Richtung Dorf gelaufen. Da hat's ne Fackel. Da ist garantiert wer runter gewesen. Ich weiß nicht, ob... Waren wir das hier? Ich weiß nicht, wo du bist. Koordinaten, bitte. Ich bin... Geh dir mal wieder zurück zum Dorf. Ich bin... noch immer beim Dorf. Ich seh dich! Ich seh dich! Ich seh dich! Komm, zu mir! Links! 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 Junge! Links! Ja, da rein doch zu mir! Ach so, wow! Monsterleck gerade, ne? Ja. Wo bist du? Lass mal runter gehen, okay? Alter, bei mir lagst du nur noch. Also nicht mit deiner Stimme, aber mit dem Ding. Lass runter gehen. Ja, ja, ich komm schon runter. Ach... Toll, was ist das für ein Wasser-Bug? Ich springe! Wumm. Boah! Ingame lagts gerade! Wieso das denn? Bei mir nicht. Ist nicht mehr. Das sind Namen! Sneaker! Sneaker! Ja! Sneaker! Geil! Wer ist das? Mr. Michi! Mr. Michi? Ja. Oh! Oh! Fuzzle Bobby sneakt! Hat uns alles so bemerkt. Jetzt sneaken sie wieder nicht. Einfach drauf, würde ich meinen. Einfach drauf! Ohne Erbarmen drauf! Okay. Komm! Ich hör mich jetzt hier so runter. Nee, oder? Du kannst sneaken bei runter. Da ist ein Loch! Da ist ein Loch! Da haben sie sich runter gebaut. Glaube ich zumindest. Wo? Ich glaube, dass sie sich da runter gebaut haben. Wo siehst du denn ein Loch? Nee, kein Loch, aber da war schon Schnee weg. Das heißt, da haben sie sich runter gebaut. Ja, komm mal hier hin! Komm mal hier hin! Wohin? Hier! Erssst mich nicht! Nein! Ich bin nämlich schon... Guck dich ein bisschen um, dann wirst du mich schon sehen. Ja, dann bau dich runter. Okay, da leckt's bei mir gerade. Ich re-connecte. Siehst du mich? Woop! Woop! Connection lost! Lol! Okay, kurzer... Ja, Cut halt! Ja, ich würde auch sagen, kurzer Cut! Endlich geht's weiter! Ja! Genau! Dann lege ich mich jetzt bei dir, oder nicht? Doch, doch! Aber ich weiß auch, wo sie sind. Komm mit! Achso, du brauchst dich hier runter! Hier runter! Hier hat's nämlich ne Höhle! Sneaken! Immer schön sneaken, okay? Klar! Oh, da ist ne Höhle! Ernsthaft! Klar, ich seh nen Namen! Okay! Gehen wir hier runter? Stop! Das sind zwei Namen! Schwert zücken und alle sneaken! Mein Schwert ist gezückt und ich sneake! Ja, wir haben hier schon was gebaut. Wir dürfen nur nicht im Weg stehen. Wir dürfen nur nicht ent-sneaken. Michi ist sehr nahe bei uns! Ich seh den Namen gar nicht! Wo sind die Namen bei dir? Rechts? Links? Da! Wo ich hinlaufe! Irgendwo! Ich hab Fussel Bobby! Ich hab ihn! Da ist Michi gleich! Achtung! Alter, wie viel Rüstung der hat! Und ich hab Michi! Was der heck! Diamantschwert nehmen! What the heck! Diamantschwert nehmen! Wir haben hier! Aha! Können wir nützt das was auf Level verzaubern hier? Was? Auf Level 2 verzaubern! Ich weiß nicht! Wir sind voll das gute Battle Team eigentlich! Ja gerade schon! Was ich meine jetzt PvP Team? Wir haben die voll... Hast du das gesehen? Wo ist Bobby? Hast du den Kopf nach oben rausgeschaut? Da komm ich! So! Ich glaub wir brauchen eh nichts mehr! Wo bist du? Schnell! Ich hab nämlich Angst! Hier oben! Okay! So! Sollen wir jetzt nochmal zurück zu... Du weißt schon wohin! Moment kurz! Wir machen es folgendermaßen! Wir verzaubern nochmal neu! Würde das jetzt was nützen auf Level 8 zu verzaubern? Ich weiß es nicht! Kann sein, kann auch nicht! Ich hab 6 Level! Okay! Wie viele Diamantschwerter hast du jetzt noch die nicht scharpen des 1er? Moment! Wupp! Was machst du? Damit nichts passiert! So! Ich habe 2 Diamantschwerter die nicht verzaubert sind! Gut! Die jetzt verzaubern! Und zwar auf, auf, auf! Ich bin nur Level 6! Warte! Darf ich das abbauen? Lol du bist so klein bei mir! Ich bin klein bei dir? Ja! Da war ich wenig in echt größer als du! Wie groß bist du? 1,83! 1,85! Haha! Arschgesicht! Ey! Meins! Boop! So wird das Thema größer! Tz! 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 Egal! Also glaubst du Level 7 enchanten nützt sich? Ey! Weißt du was geil ist? An unserer Zuschauer ihr habt jetzt gerade eine Glückskarte! Weil wir haben jetzt am meisten Battles gehabt bisher! Wir haben gegen Luke, gegen Henry, gegen Fuzzle Bobby zweimal! Okay! Mein mich hier auch! Ja! Geil! So Moment! Ich versuche jetzt Level 7 zu enchanten! Geht aber irgendwie nicht! Level 6 ist das höchste! Soll ich nehmen? Ja! Smite 1! Knockback 1! Pfuh! Nicht so toll! Das ist dasselbe was ich vorhin gerade hatte! Naja! Noch eins! Ich hab ein Level! Soll ich machen? Ja! Sharpness! Sharpness 1! Ist besser als Smite 1 und Knockback 1! Hast du nur Sharpness 1? Ja! Gut! Dann tu jetzt die beiden Schwerter nochmal zusammentraften! Dass es quasi ein Schwerter gibt! Dann ist aber nicht mehr Encharted! Ich weiß! Ich hab noch 2 mit Encharted 1! Ich hab immer noch ein Notfallschwert für dich! Weißt du? Okay! Gib mal die beiden Schwerter mir! Ich glaube 9! Ich kann höher verzaubern als du! Da! Ich geb dir ein Schwert! Hab schon gemacht! So! Mal schauen! Aber bitte gib mir das Schwert dann wenns gut ist! Das ist das höchste Level! Höchste Level ist... Aber gib mir das Schwert dann! Ich glaube 6! Das höchste Level! 8! Hau rein! Sharpness 2! Darf ich das jetzt haben? Bitte! Nein! Ich will! Ich will! Ich will! Ich will! Ich hab schon 5 Mal! Hey! Das war mein Schwert! Gib her! Ich hab schon 5 Mal verzaubert! Hau her! Hau her! War mein Schwert! War mein Schwert! War mein Schwert! Ich greif dich an Junge! Mach doch! Ich hab ein Wogen! Mach ruhig! Ich auch! Ich hab Power 2! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Geh weg von der Lava! Ja ja! Gib mir das Schwert! Nein! Geh weg! Ich greif dich an! Attacke! Nein! Hör auf! Nein! Das ist mein einzigen Fall! Jetzt komm schon! Gib mir mein Schwert zurück! Ey! Ich hab das verzaubert! Komm schon! Ich will auch mal! Nee! Gib her das! Mein Zuschauer können in den Kommentaren beschädigen! Ich hab mit Gaume schon 1000 Let's Plays gemacht! Und ich hab immer! Immer! Alle guten Sachen immer abgegeben! Ja und! Ja und! Das waren meine Levels! Ja dann vergisst du es einfach! Wir machen es so! Wenn jetzt jemanden finden kannst du die Diamant Rüstung haben dafür! Also die Diamant Brustplatte! Will ich ja gar nicht! Doch! Ich will Schattenzeichen auch mal in den Nahkampf gehen! Das hast du vorhin gerade getan! Ja okay! Das war aber! Der Kampf war! Wir hatten einen Überraschungseffekt! War nicht mehr so spannend! Den Part nenne ich jetzt Motzen von Liscario! Moment kurz! Nee doch nicht! Ich weiß zwar nicht wo du bist aber ist in Ordnung! Wo bist du hin? Ich baue hier ein bisschen Kohle ab für die Levels! Weißt du was? Ich mache jetzt nochmal einen Chartniss 2 Schwert! Okay? Ja klar! Wenn du es schaffst! Ja er wird auch verzaubern! Dann ist die Chance nämlich gut glaube ich! Glaubst du wirklich? Chartniss und Knockback oder so wäre auch gut! Ja schon aber! Das war mein Schwert! Wo bist du denn jetzt hin? Wieso? Ich habe die beiden besiegt! Moment kurz! Nee nee nee! Ich habe einen besiegt ja! Ich habe Fuzzle Bobby gekillt! Aber man weiß nicht von wem das Schwert war! Wo bist du denn hin? Nee die hatten beide ein Schwert! Das heißt es war mindestens zur Hälfte war es meins! Ich wiederhole mich! Du musst dich habs verzaubert! Ich wiederhole mich nochmal! Wo bist du hin? Bin und Kohle abbauen! Ja wo? Bin in der gleichen Höhle immer noch! Das hätte ich jetzt ohne dich nicht gewusst! Da wo wir vorhin waren meine ich! Ich bin mal am Enchantment Table! Aber das Scrabble tut mir weh! Ach da bist du! Moment ich setze Wasser! Ding! Moment kurz! Ich setze noch mehr Wasser! Ich setze noch mehr Wasser! Kriegt man eigentlich auch Experience wenn man einen Redstone abbaut! Ja! Die haben geleftet! Ja die haben geleftet! Wir können länger aufnehmen dafür wenn der Fuzzle Bobby nicht mehr aufnehmen muss! Du bist ja richtig nett heute! So das war überhaupt keine Beleidigung! Ja Beleidigung doch nicht aber! Ach ja! Michael jetzt wann haben wir angefangen aufzunehmen? Äh! Um drei Viertel! Ne um Punkt glaube ich! Ne um drei Viertel! Ja um drei Viertel! Wirklich immer sneaken! Das weißt du schon ne? Ich sneeke gar nicht! Aber dann ist es ja jetzt sozusagen eine unendliche Folge oder wie? Äh! Wir können ja auch machen dass wir das ja ja Oder cutten wir dann einfach immer bei fünften Minuten! Fünften Minuten cutten würde ich meinen! Egal dann machen wir uns dann in Skype aus! Ja! Würde ich meinen! So! Wo bist du hin? Ich habe drei Level! Level 5! Ja dann wäre eilig! Komm! Wollen wir jetzt dann wieder zurück dorthin wo wir das Zeug von Gomme eingesammelt haben? Vielleicht läuft da hin! Ja! Ja läuft da hin! Wir haben nämlich Gomme einen kleinen Trick gesagt! Und zwar! Ich habe Gomme nicht gesagt dass ich die Sachen nicht eingesammelt habe! Aber ich habe Gomme gesagt dass die Sachen nicht verschwinden! Und wir wussten nicht mehr wo der Punkt war! Und das entsprächte 100% der Wahrheit! Ich habe Gomme nur verschwiegen quasi dass ich die Sachen eingesammelt habe! Das heißt die Chance ist jetzt groß dass ich kaum mehr zu dem Ort zurück renne! Richtig! Wohin bist du denn? Ah man! Ich verliere dich jedes Mal! Ich bin an der Oberfläche jetzt eigentlich! Super! Ich baue den Enchantment Table ab! Ja auf jeden Fall! Und esse noch schnell was! Boah ey jetzt bin ich aber voll sauer ja Junge! Wieso? Weil du mein Schwert hast! Es ist nicht dein Schwert wie oft denn noch! Doch! Nein! Doch! Nein! Ich habe verzaubert! Ja und aber es ist mein Schwert! Ich habe auch ein Gegner davon! Es war mein Schwert! Ich habe zwei Schwerter dafür benutzt! Also mein Schwert! Und eines davon hast du genommen von dem Gegner den ich gekillt habe! Eigentlich nicht weil eines davon habe ich nämlich von Gomme genommen! Aber okay! Ich habe schon acht Schwerter verzaubert! Ne fünf meine ich! Sorry! Fünf habe ich schon verzaubert! Acht Schwerter! Fünf! Ja eben! Ist das nicht so ein großer Unterschied irgendwie! Acht und fünf! Kein Unterschied! Ach drei! Wo bist du jetzt wirklich jetzt? Ja hier! Ja hier! Ja hier! Auf! Hm! Moment! Bleib wo du bist! Bleib da bei der crafting table! Okay! Stopp! Stopp! Ich sehe dich! Stopp! 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 Ich sehe dich! Ich sehe dich! Alter! Alter! Erschreck mich nicht! Jetzt habe ich wieder das Loser Schwert! Das gibt es ja nicht! Kommst du jetzt wieder rauf oder was ist los? Ja ja ich komme gleich! Ich muss hier ein bisschen Cola bauen! Tz! Das ist ja beleidigt! Hast du eigentlich noch jemanden noch so von denen eingesammelt? Nein! Ich habe Eisenrüstung eingesammelt! Folgenende? Seit wann machen wir wieder Ende? Okay! Stopp! Also! Ja! Das war's! Was euch gefallen hat! Wieder mal ein Kampf! Wow! Geht tatsächlich ab! Das war die Entschädigung für die letzte Folge! Ach ne! Wurden ja zwei Folgen oder? Ja! Richtig! Also! Bis nächste Folge! Wir werden uns freuen! Und wie gesagt, treibt in die Kommentare ob ihr das fair fandet von mir oder ob ich jetzt ein Arschloch bin deswegen! Richtig! Und er ist das Zweite! Tschüss! Ciao!